Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ey, boah. Ihr habt euch in den Kommentaren gewünscht, dass Mila und ich Luisa schminken. Und jetzt ist es soweit. Wir beide als Schminkprofis haben natürlich schon lange Erfahrungen gesammelt. Mila, erzähl. Ich hab jede meiner Freunde geschminkt. Und ich hab auch jede meiner Freundin geschminkt. Ihr wisst Bescheid, wir legen direkt los. Ich hab schon Tant geschminkt. Du hast noch nie einer geschminkt. Ey, boah. Lass direkt anfangen, indem wir die Haut vorbereiten mit großen Wasser, oder? Ja. So. Man kann auch so. Ne? War ein bisschen zu wenig Rosenwasser auf dem Wattbett. Deswegen hab ich da ein bisschen nachgeholfen. Fertig. So, wo fangen wir an? Immer erst dann mit Gewick-Creme. Was ist das für eine Creme? Creme einfach. Gerichtscreme. Da steht Augencreme drauf. Aber sagen wir mal Gesichtscreme. Ey, boah. Seit wann macht man da Augencreme hin? Kannst du auf meine Haare so ein bisschen aufpassen, Mila? Nein. Du machst meine Haare, meinte ich, Mila. Fertig. Gut, dass du ein bisschen Creme hier oben hingemacht hast. So kann man die Haare auch ein bisschen nach hinten machen, Mila. Ey, boah. Ich muss alles richtig so in die Kamera zeigen, okay? Okay. Das kann passieren, Leute. Wenn man professionell schminkt, kann es auch mal passieren, dass man hier ein bisschen kleckert. Ey, boah. Der nächste Schritt ist Make-up. Ich mach die andere Gesichter selbst, okay? So, Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Jetzt ist Make-up dran. Auch Dekolleté. Frauen machen Dekolleté. Dekolleté bedeutet Halt. Fertig. Ey, boah. Mila, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist... Weißer Bruder, wo ist ja? Weißer Bruder? Wir machen Bruder drauf. Macht man das nicht damit? Nein. Ihr macht das voll falsch. Mila ist Profi. Ey, Mila, sie sagt, du machst das falsch. Nein. Ihr macht das so falsch. Wir setten einfach mein ganzes Gesicht, Leute. Was mache ich? Ich sette es. Setten? Mila, hast du schon mal setten gehört? Ja, das bedeutet chill machen. Hey, boah. Mit Puder sind wir fertig? Ja. Okay. Jetzt kommt Ruch. Wir müssen ein anderes Ruch nehmen. Was ist das für eine Farbe? Braun. Ist das braun? Bisschen so braun. Ist das auch braun wieder als rosa? Ja, bisschen rosa. Also so. Das ist zu viel. Ich muss ein bisschen rosa legen. Warum machst du das jetzt? Weil ich etwas falsch gemacht habe. Mein Blas hat es auch falsch gemacht. Was habe ich da falsch gemacht? Weg. Hey, boah. Leute, das macht ein Team aus. Ich mache ein bisschen zu viel. Dann kommt Mila, macht wieder ein bisschen weniger. Mila, wir sind ein sehr gutes Team. Weiter so. Los, erzähl den Leuten, was jetzt kommt. Jetzt kommt Pailletten. Pailletten? Was ist Pailletten? Eine Paillette. Warte mal, warte mal. Warum? Kennst du das alles? Ja, weil ich mich mit Schmink auskenne. Schminkst du dich auch selber? Rosa? Gold? Hallo, hallo. Ey, die beachtest du dich nicht? Hey, boah. Wir nehmen diese Farbe. Oder diese. Oder diese. Wir nehmen also diese. Oder wir nehmen irgendeine Glitzer. Dieses. Ja, okay. Guckt mal, Leute. Mach ihr mit Lidschatten, Mila. Das ist Lidschatten. Wenn du hier auch ein bisschen rausmachst. Nein, du übertreibst, Nadel. Ich sollte richtig machen. Wir machen doch richtig, ja. Ich verkackst. Wie, wir machen nicht richtig? Oh mein Gott, ich habe schon gesehen. Ich mache diese Pailletten weg. Sie machen meine Augen kaputt. Ich muss wieder von vorne jetzt Make-up machen. Warum musst du wieder Make-up machen? Warum damit? Jetzt muss ich kurz wieder Rosenwässer nehmen. Mach Augen zu. Jetzt nehmen wir lieber eine andere Farbe, Leute. Weil, guckt mal, die Farbe war zu hässlich. Ey, boah. Welche Farbe nehmen wir jetzt? Gelb. Du musst ein bisschen mehr legen. Okay. So, richtig, ne? Kann einfach nichts werden. Zeig mal. Guck hier noch. Sehr gut. Jetzt kommt auf jeden Fall der. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt kommt Mascara. Nein. Jetzt kommt Eyeliner. Das ist kein Eyeliner. Das Eyeliner? Wo ist Eyeliner? Ist das Eyeliner? Nein. Ist das Eyeliner? Nein. Wo ist Eyeliner? Eyeliner ist das. Das ist kein Eyeliner. Das ist kein Eyeliner. Ist das Eyeliner? Nein, das ist Mascara. Okay, das ist Eyeliner. Das ist kein Eyeliner. Das ist ein Augenbrauenstift. Ey, wow. Das ist der Eyeliner. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Du siehst ein bisschen aus, so wie ein Dings, so Pharao. Jetzt legen wir alle auf einer Seite Maske an. Du wirst es falsch machen. Wer will das falsch machen? Ja. Aber willst du das wissen? Ich weiß. Ich bin ein Junge. Wer hat die Challenge gewonnen? Ich. Das ist doch keine Challenge. Wir sind ein Team. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind ein Team. Mach nur Augen zu, wenn man drauf macht. Ja, so halb offen. Macht man nicht alles? Was machst du denn da? Auf Haut? Ihr macht das so hässlich. Ich wollte es extra gemacht. Hunde, ich habe es dich extra gemacht. Das macht einfach keinen Spaß. Es geht nicht mit Spucke weg. Doch, es ist weggegangen. Das ist mein Augen-Make-up bis jetzt. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Eins bis zehn, wie schön ihr das findet. 100% Okay, Leute. Der nächste Schritt ist Lippenstift. Das ist Lippenstift? Ja. Die Lippenstift nicht anders aus? Mach du die untere Lippe, Mina. Ja, ich mach die obere. Hör auf zu lachen, ey. Hör auf zu lachen und gib den Lippenstift her. Mach das extra. Was mach ich extra? Das machst du extra. Warte, Leute, ihr habt euch so eine dumme Challenge ausgesucht. Luisa! Jetzt kommt noch der Augenbrauenstift. Das ist ein Augenbrauenstift. Mach schön. Ich muss einfach gerade Augenbrauen malen, oder? Ja. Du machst das extra. Nein, ich mach das nicht extra. Was ist das für eine Scheiße? Warum gibt es Augenbrauenstift? Warum gibt es da was? Ey, Nette, du verschwendest den ganzen Stift. Oha. Oha, du verschwendest den ganzen Stift. Mach das weg. Mach das weg. Es geht so nicht. Guck mal, was er mit mir gemacht hat. Ja, ich mach das jetzt weg. Was hab ich mal gemacht? Du hast verkackt. Du hast zu viel rausgelegt. Malt man das in die Augenbrauen? Ja. Ach so, nicht drumherum. Doch auch, aber nicht so viel. Wie Klinger. Ja, besser als bei Nara. Jetzt kommt das. Warum machst du das so? Du machst voll extra. Wallah, gar nicht extra. Was soll ich dann machen? Hier, runterkämmen. Wallah, Leute. Ich hab einfach keine Ahnung. Was soll man da machen? Ich mach den hoch. Du sagst, du machst extra. Du wirst gleich rausgeschmissen. Das ist als Challenge. Hey, boah. Du hast schon gut Paletten gemacht. Hab ich gut gemacht. Du hast schon gut Mascara gemacht. Was willst du denn noch gut machen? Und du hast auch gut Make-up gemacht. Auch Bruder. Was willst du noch so gut machen? Hey, boah. So, Leute. Ihr wisst Bescheid. Jetzt kommt Concealer. Concealer. So, ich find's perfekt. Wollen wir noch was machen? Das ist mein Make-up bis jetzt. Sieht aus wie ein Svetlana. Okay Leute, wir versuchen jetzt ein paar Wimpern drauf zu machen. Wir haben aber keinen Wimpernkleber. Egal, jetzt kann man auch so kleben. Nein, kann man nicht. Mira, das ist das Finale jetzt, ja? Das ist Finale. Das ist Finale. Deine Wimpern sind genauso lang wie diese Wimpern. Zeig mal. Bravo, wir haben mein Pärle jetzt fertig. Guck mal. Gefällt es dir? Nein. So Leute, das ist der fertige Look. Ich glaube, ich muss nicht viel sagen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Die beiden haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und ja, wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und wir hoffen, bis zum nächsten Mal. Bye.